Wir melden uns aus dem Herzen Berlins, das Brandenburger Tor. Hier findet am Wochenende eine Veranstaltung statt, die wahrscheinlich die Republik verändern wird. Es werden Hunderttausende, sogar Millionen Teilnehmer erwartet und ich begrüße jemanden, der von Anfang an mit dabei war, bei diesen Demos, Anselm Lenz. Als sonstiges unser professionelles Presseerzeugnis nicht verteilt werden durfte. Auf dem Rosen-Luxemburg-Platz in einer nie dagewesenen Form der Sperrzone, die zurückgeht auf den Innensenator Geisel-SPD und auf den Kultus-Senator, na wie heißt der gleich, der schon wieder verdrängt den Namen. Kannst die Zeit uns nochmal zeigen, jetzt müssen wir doch drauf eingehen, du hast sie ja eben schon, halt sie mal richtig ins Bild. Also sie wird jetzt auch am Wochenende wieder verteilt, das ist eine neue Geschichte, eine neue Ausgabe ist in der Mache oder ist schon draußen. Und ich meine, die durfte es diese Zeitung nicht verteilen, aus welchem Grund, weil da auch Viren drauf waren. Oder wie, kannst du mir das nochmal erzählen? Und sollte ein Schreiben übergeben werden und wurde es dann schließlich auch mit dem Briefkopf vom Polizeipräsidenten von Berlin, derzeit ist eine Polizeipräsidentin, seitenlang dargelegt wurde, warum wir das nicht dürften. Warum? Auf Fadenschein im Grunde der extremste Faktor dort war, unsere Zeitung stelle virologisch kontaminiertes Material dar. Das ist unfassbar. Jetzt kommt die Krux, das Schreiben wurde uns auf Papier übergeben und mehrfach ausgefertigt. Insofern ist also schon klar, wie gaga und unmöglich eigentlich dieser gesamte Vorgang ist. Hier wurde wirklich Zensur verübt und in die Pressefreiheit eingegriffen, ein Verfassungsbruch für sich. Und da möchte ich wirklich einfach darauf bestehen, für diese massiven Eingriffe in die Grundrechte werden die dafür zuständigen, politisch verantwortlichen Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Die werden dafür ein faires rechtsstaatliches Verfahren bekommen, in dem sie sich erklären können, was ihre Triebfehler war. Vielleicht haben sie auch zu ihrer Entschuldigung beizutragen. Und übrigens auch hohe durchführende Beamte, die solche Befehle ausführen. Denn da gibt es ja auch ein Amtseid und ein Schwur aufs Grundgesetz. Und das sage ich deshalb auch so deutlich, weil jeder Beamtin und jedem Beamten durchaus die Möglichkeit zusteht, Nein zu sagen. Nein zu sagen und auch zum eigenen Schutz dann in der nahen Zukunft solche Sachen einfach bitteschön nicht zu machen. So. .